Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Punch Arroganz Carnivora 2 Im Januar 2014 veröffentlichte Punch Arroganz sein Album Carnivora. Mehr als sechs Jahre später kommt nun der Nachfolger des Attitude Movement Oberhaupts. Carnivora 2 kommt mit zwölf Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Release kommt über Attitude Movement und erscheint als Box. Capital Bra CB7 Das letzte Soloalbum CB6 erschien im April 2019. Im Oktober 2019 folgte dann noch das Collaboalbum Berlin Lebt 2 mit Samra. Das Akronym CB7 steht für die Initialen von Capital Bra, die 7 für sein siebtes Solo. CB7 beinhaltet 21 Tracks, Features kommen unter anderem von Bossa, Crow und Sido. Das Album kommt über Bra Musik und erscheint als CD und auch als Box. AZ und Albi Fast Life 2 Der Titel Fast Life begleitet AZ schon über viele Jahre hinweg. Im Juni 2016 erschien mit der Fast Life EP das erste Release von AZ. Im März 2018 kam dann das Debütalbum, welches ebenfalls Fast Life hieß. Für den neuesten Teil hat sich AZ seinen Bruder Albi an seine Seite geholt. Fast Life 2 kommt mit 14 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Release kommt über AZ und Albi und erscheint als Box. Superior und Morlock Dilemma – Easegrim Das letzte Album von Morlock Dilemma, Herzbube, erschien im August 2019. Etwas mehr als ein Jahr später kommt der Berliner nun mit seinem neuesten Projekt, für das er sich den Heilbronner Produzenten Superior an seine Seite geholt hat. Easegrim kommt mit 7 Tracks. Als Features sind unter anderem Blood Spencer, aber auch US-Rapper wie Daniel Sun und ST Neck mit dabei. Das Release kommt über MoFo Airlines und erscheint als Vinyl. Chigo – Chicks Im März diesen Jahres erschien mit Sex, Drugs & Rock'n'Roll das letzte Release von Chigo. Nur sechs Monate später meldet sich der Stuttgarter mit seinem neuesten Album zurück. Chicks beinhaltet 14 Tracks, Features kommen unter anderem von Ardian Bujupi und Azad. Das Album kommt über Hustler Music und erscheint als Box. Basultán Hengst – Macho Das letzte Album von Hengst, bester Mann, erschien im Januar 2019. Mit seinem neuen Release besinnt sich der Berliner wieder auf seinen ursprünglichen Straßenrap. Macho kommt mit 13 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Julian Boss und Philipp Leon. Das Release kommt über No Limits und erscheint als Box. Reezy, Weißwein und Heartbreaks Im März 2019 veröffentlichte Reezy sein letztes Album Teenager Forever. Jetzt ist es an der Zeit für das nächste Soloalbum des Frankfurters. Weißwein und Heartbreaks beinhaltet 13 Tracks. Features kommen unter anderem von Bowser, Luciano und Summer Jam. Das Album kommt über Two Sides und erscheint als CD und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.